Diese Ketten im Hintergrund, ne? Sehr geil. Ja. Hallo. Ich hab kein Blattenschein gemacht. Ich find's nicht. Ähm. Ja, Feder stellt man sich eigentlich was anderes drunter vor, aber das ist auch ne Feder. Kommt schon hin. Kompase und Pinsel. Wo ist denn... Das ist kein Pinsel. Das gilt als Pinsel. Das ist ne Bürste gewesen. Das ist echt ne Bürste gewesen. Wo ist denn die Kompase? Ich hab keine Ahnung. Wo ist die Kompase? Da ist auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Wisst ihr, wo die Kompase ist? Alter, 15 Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig? Alter, 15 Zuschauer. Gucken sie sich hier diesen Müll an. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und willkommen zur Let's Play Live Show. Alter, wo ist denn hier die Kompase? Also mehr zahl ich auch keine. Ich hab keine Ahnung. Ich, ähm... Ihr wolltet schwer spielen. Oder extrem. So. Kompase. Das schwarze Ding... Dings oben. Das schwarze Ding ist oben. Huch, warte mal. Auf dem Zahnrad. Nein. Ja, ein Kompase. Es könnte ja auch Kompase sein, ne? Mehr zahlen. Es ist... Linke Seite. Das schwarze Ding ist oben. Dings oben. Linke Seite. Das ist... Nein. Das ist eine Glocke. Das ist hier eine Fledermaus. Ich... Äh... Keine Ahnung. Aber es ist ja... Es ist ja Kompasse, ne? Kompasse, ne? Kompasse, Kompase. Ich hab... Keine Ahnung. Ich, äh... Neben dem Würfel... Nein. 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 Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Ernsthaft? Ernsthaft? Das war ein Zirkel. Das war ein Zirkel, Alter. Das war ein Scheiß-Fucking-Zirkel. Du willst mich verarschen, Spiel. Du willst mich kaputt machen, Scheißspiel. Das Spiel will mich kaputt machen. Alter, Hauptsache ein Kurbelgriff. Alter, dieses Spiel will mich fertig machen. Definitiv. Wofür brauch ich diese Scheiß-Wichskurbel? So, und ich nehm das doch für YouTuber auf. Ich glaub's nicht. Alter, das Spiel will mich fertig machen. Wofür brauchen wir diese Wichskurbel? So, Alter, was, 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 was ein hohles Kackspiel. Leuchtturm haben wir schon. So, leck mich am Arsch. So, hier, der soll die Kurbel nehmen. Nein. Zahnrad, nein. So. Tschüss, Frack. Komm ich da jetzt irgendwie hier dran an dem mit... Irgendwas? Nein. Okay. Aber wir können ja eigentlich zupfen, ne? Ja, 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 ja. Bist du nochmal eben einen Schluck trinken, ne? Damit ich es hier überhaupt aushalte. Ja, bei dem Spiel. Ladungssteg? Hä? Ach, jetzt kann ich da einfach hinlaufen, oder was? Weißt du, die ganze Zeit musste ich mit dem Boot fahren. Kilometer weit mit dem Boot, weil der Leuchtturm ja nicht in der Nähe ist. Und jetzt kann ich da einfach über den Ladungssteg einfach da hinlaufen zum Leuchtturm. Guck mal. Und ich brauch nicht mehr mit dem Boot zu fahren. Das ist Magie. Das ist Magie. Das ist Magie. Was, dieses Viertelstiftrad? Ja, ja, hier. Das konnte man hier einsetzen. Ja, ja, hast du recht. Genau, hier. Aber da fehlen noch weitere Stücke. Das Steuerrad ist unvollständig. Wo sind die anderen Teile? Ich hab keine Ahnung. Ist mir auch egal mittlerweile. So, das Auge kommt, glaube ich, bei dieser einen Tür rein, ne? Ja, hier, glaube ich. Kann das sein? Ah ja, interessant. Mhm. Ich muss einen Weg finden, diesen Mechanismus Mund zu öffnen. Ja, steck deine Hand einfach da rein. So, achso, das ist übrigens die Terrasse. Ich hab das Ganze vergessen. Ähm, wir haben eine Zange und eine kleine Wurzel. Die Frage ist, was sollen wir... Ach, hier ist übrigens die Figur. Jetzt seh ich das erstmal. Ähm, können wir nochmal irgendwo wimmeln gehen? Hier vielleicht... Ist hier vielleicht nochmal irgendwas zum Wimmeln? Nö. Warte mal, kann ich hier... Nein, das geht nicht. Nein, das geht auch nicht. Nein, nein, das geht alles nicht. Hier haben wir alles abge... Ah, warte mal. Ah, wir können jetzt hier... Ah, ja, stimmt. Die Nägel waren's ja gewesen. Und jetzt haben wir das zweite Auge. Juppie, ich freu mich. Was ist das denn hier? Eine andere Map. Jetzt kann ich mich auf der Position auf Skull Island halten. Ja. Ich bin hier. Also hier oben. Und hier war ich... Ah, ja, ah, ja. Ach, oh, hier oben ist die Terrasse. Ah, das ist eine schöne Terrasse. Ach, guck an. Karte wechseln. Ach so. Da hat man noch eine Karte, damit man weiß, wo man hinlaufen kann. Man kann sich ja in diesem Open World Spiel verlaufen, im Übrigen. Ähm, na, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja das neue GTA. So. So, hier war die Tür, ne. Komm, setzen wir mal eben ein, bevor wir hier... Werd. Ich muss die Zahnräder auf den Bolzen setzen, so dass der Mechanismus den Mund der Maske öffnet. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Ding würde schon laufen, aber egal. Ist, äh, ist, ist... Ich sag dazu gar nichts. So, ähm... Ist das so vielleicht richtig? Ich glaube nicht. Anscheinend muss man etwas Dünnes hineinschieben. Vielleicht dein Kopf. Ne, die Einladung. Ich werde bekloppt. Oh mein Gott. Pirates of the Caribbean. Johnny Depp steht oben am Balkon. Ist mir egal. Sollen sie auch oben stehen. So. Was haben wir hier? Mit? Was ist denn? Wimmelweltprofi. Sag ich doch. Ich melde mich mal bei der ESL an. So. Wird bestimmt bald in Serie gehen. Interagieren. Die Treppe ist eingestürzt. Der einzustattliche Ballsaal trägt noch immer die Narben des Kampfes. Oder besser, des Massakers. Ja. Für. Die Festung muss vom Schiff aus mit Kanonen beschossen worden sein. Kann ich sonst auch irgendwas machen? Außer, ich will nicht mit ihnen reden. Die Festung muss vom Schiff ausgehen. Und wir werden sehen, dass die Königin und ihn über die Eile gehen wieder einmal. Die Festung wurden begonnen, als die Soldaten rutscht in. Guns blazing. Swords schlägt auf die Leute. Es war ein Massaker. Die Grimmest Wettbewerb, die ich noch nie beendet habe. Und die letzte, auch. Aber heute Nacht, der Kapitän hat sich mit einer neuen Frau auf dem Arm. Um, vielleicht hat er ein Weg gefunden, um die Wettbewerbe zu wiederholen. Wir haben eine Truppe zwischen allen Piraten für die Zeit der Wettbewerbe von Captain Rennington. Es war ein großartiges Ball für alle Seawolfe in den Karibben. Wir haben unsere Weapons auf den Schiff gegeben, als eine gute Hoffnung. Also, als Baron Bannister der Soldaten kam, waren wir defensiv. Sie haben uns beobachten, ohne Hesitation. Männer und Frauen, innozenten und schuldig. Aber jetzt ist Captain Rennington zurück, und er wird uns beobachten, damit wir endlich in Frieden bleiben können. Nein, mit der Wurzel, nein. Mit der Karte geht auch nicht, okay. Sonst kann ich hier irgendwas machen, kann ich hier irgendwie... ...hören? Ja, das...schön. Was, was... Was soll ich denn da bekommen? Ein Bolzhaken. Kann ich damit vielleicht die Platte anheben? Nicht fest genug. Muss ich jetzt noch kombinieren wie bei Resident Evil, oder wat? Okay, sonst ist sie aber nicht, ne? Okay. Was kann ich denn mit dem... War hier noch was gewesen? Achja, hier war ja die Figur, ne? Die wir komischerweise irgendwie... ...nicht benutzen können. Wofür ist denn, wofür ist denn die Hand? Hm, das sollte ein Weilchen reichen. Schiffswrack. Achso, Schiffswrack, genau. Da können wir doch jetzt mit der Stange bestimmt die Kiste hier holen, oder? Yeah! So, was kriegen wir da? Ein... ...Glas. Eine weitere Karte. Eine Linse. Und eine rausgerissene Seite. Eine Linse. Können wir die Linse oben benutzen beim Leuchtturm vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert auch nicht. Okay. Die Frage ist, wofür... Hallo? Ich finde es immer nur so geil, dass wir jetzt nicht mehr mit dem Boot fahren brauchen. Das ist mega. Ich werde nicht nass, ich gehe nicht in 30 cm tiefes Gewässer. Ja, ich auch nicht. Das könnte gefährlich sein, man könnte ertrinken. So, kann ich dem die Hand nehmen? Nee, das geht nicht. Okay, das ist hier... Nein. Vielleicht müssen wir doch wieder zurück und... Ich frage mich, was wir mit der Linse machen und der Hand. Hier vielleicht was Neues zu wimmeln. Nein! Kann ich hier die... Nein, das funktioniert nicht. Das ist... Warum frage ich eigentlich? Es ist mir ein Rätsel. Kann ich hier... Hat der vielleicht... Die Karte in der Hand? Die Linse? Die Hand? Die Wurzel? Die Karte? Nein. Ich frage mich, was dieses Skelett in der Hand hat oder die Hand? Die Hand in der Hand hatte. Ist auch in Deutsch. Okay, ist die Einladung weg. Da oben ist übrigens die Terrasse mit dem Boot. Ich frage mich, wie wir mit diesem Boot hier zum Leuchtturm kommen. Ja? Dieser Leuchtturm. Ja, er ist auf einer extra separaten Insel. Wir sind ja über Wasser. Ach nee, das war so ein Kurbeldingen. Jetzt schnalle ich das. Hier ist ja das Seil. Das heißt, man muss so kurbeln um irgendwo rüber zu kommen. Aber trotzdem, jetzt... Oh, wir nicht mehr kurbeln. Wir fliegen einfach zu dieser Insel. Wee! Run free! Sag ich dazu nur. Run free! So wie bei Outlast. Unser Doktor Zhivago. Run free! So, kann ich äh... Ja, geht nicht. Kann ich irgendwo weiter wimmeln? Kann... Mich verlassen schon die Worte. Wofür brauche ich denn bitte die Hand und alles? Linse für Leuchtturm. Habe ich schon ausprobiert. Geht nicht. Habe ich gerade schon ausprobiert. Funktioniert irgendwie nicht. Kann ich hier... Ich glaube, hier haben wir schon alles abgefrühstückt, ne? Ja, ich glaube, hier geht nichts mehr. Gehen wir mal ganz schnell zurück. Wie geil das ist. Ein Spiel ohne Ladezeiten. Wo hat man heutzutage sowas schon? So. Ähm... Meine Tochter retten. Nass werden. Hm, ich versuche mal was anderes. Ja. Finde ich geil. Finde ich super. Ja, stimmt allerdings. Huch, ich muss ja meine Tochter retten. Oh ne, aber nass werden will ich nicht. Ne, du. Boah, das schaffe ich zeitlich gar nicht. So. Alter, dieses Spiel. Es ist... Bitte mehr von solchen Spielen. Bitte, liebe Entwickler. Falls ihr zuguckt. Ja, und meine Sprache sowieso nicht versteht. Bitte mehr von diesen Spielen. More of these games. Please. For PS4. Please. Ich mag sowas. Hm.